Als nächster Kaffeele ist dann angegessen und bereits abmarschiert die Musikkaffeele aus St. Oswald und der Stadträger von Christoph Brunbauer. Sie spielen unsere Währungsherrsche Bergen-Güter von Hans Schick und als 3. Marsch der Spielmannsruhe von Hans Schick. Die Welt in dem Fall ist unsere Währungsherrsche, was selten uns als Schur-Element die Sonne-Programm ist. Es sind ja auch hier heute 18.000 Kaffeele. Sie können heute die Rückschriften ziehen. Die Rückschriften sind gewöhnlich. Die Rückschriften sind gewöhnlich. Sie werden in der Rückschriften angezogen. Die Rückschriften sind gewöhnlich. Die Musiktapelle aus St. Blunderwalde, aus dem Bezirk Grön, die Musiktapelle aus Anstrahl, aus dem Bezirk Grön, die Musiktapelle aus Anstrahl, aus dem Bezirk Heitler, die Stadttapelle aus Heitler, und aus dem Bezirk Grön, die Musiktapelle aus Brinkloss, die uns dann am Abend auf dem Bezirk Grön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020